Hallo und Willkommen zu diesem Video hier von mir. Heute habe ich die Pyro Jockey Tesseract oder Pyro Giochi wie manche sagen. Close Sticks with Handheld Fonten. Ja, ich habe schon mal reingeguckt, das ist unglaublich. Die haben da einfach ein Knicklicht dran gemacht. Oh, jetzt habe ich es verraten. Schaut euch das an. So, vor der Feuerwerkanzündung Knickstäbchen aktivieren. Das Stäbchen muss geknickt und geschüttelt werden. Dann Anzündkopf anzünden. Interessant. Auf geht's, wir werden mal in zwei Stück aktivieren. So, ich habe hier das wirklich noch nie gemacht. Mal gucken, ob es mir gelingt. Geknickt ist es und geschüttelt. Geknickt und geschüttelt. Das andere. Hier tut sich irgendwas. Sieht man das? Gibt's doch nicht. Ich knicke das so doll, wie es geht. Ach man, die sind doch schon hinüber. Ach, zum Kotzen. Okay, das eine will schon mal gar nicht. Das gelbe geht halbwegs. So, ja, man sieht eins nur leuchten. Aui. Oh man. Ja, zu viel nicht. Ich knick das noch nicht. ja ansonsten wirklich netter artikel man sieht ihnen jetzt gleich auch noch wo er steht wenn er aus ist weil ja der griff leuchtet direkt mitnehmen ok dann bis zum nächsten mal